Step Ball Change Hi Leute, heute ist ein super Tag zum Steppen und deswegen werde ich euch heute ein paar Step Ball Change zeigen. Steppschuhe an und es geht los! Okay, wir lernen zuerst mal, was ein Step ist. Dafür gehen wir einfach nur auf den Ballen und machen einen Schritt. Step, Step. So einfach. Und keine Fersen. Das ist ein Step. Und ein Step Ball Change sind einfach nur drei Steps. Eins, zwei, drei. Step Ball Change. Okay, jetzt hängen wir das mal so ein bisschen zusammen. Wir wollen ein Step, Step, Step Ball Change. Fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei und vier. Gut, andere Seite. Fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei und vier. Jetzt linke Seite, rechte Seite zusammenhängen. Fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei und vier. Fünf, sechs, sieben, acht. Okay, dann machen wir noch eine Zugabe. Noch ein drittes Mal. Sechs, sieben, acht. Sehr gut. Das heißt, linke Seite, rechte Seite, linke Seite. Und am Ende wollen wir nur einen Step Ball Change. Und dann noch den ganzen. Bäm, den Stamp. Also, wir haben links, rechts, links. Step Ball Change Stamp. Okay, let's go. Six, sieben, acht. One more time. Five, six, sieben, acht. One, two, three and four. Five, six, sieben, acht. One, two, three and four. Five and six, sieben, acht. Yes, ein bisschen schneller. Five, six, sieben, acht. Ja, und das ist ein Step Ball Change. So, viel Spaß mit dem Step Ball Change. Steppt schön und bis bald.